FANTASTIC Ja, ich habe Pfeile Es kann auch nicht sein, dass die Kackdinger nirgendwo zu finden sind Henning, wir bleiben jetzt hier drin, komm wieder her Ja, ja, warte, ich bin doch hier Achso, da Wir reißen das jetzt, ja Ja, wollte ich mich mal am Anfang nicht angezündet Ist schon gut, wie viele sind denn die Regeln? Weiß ich nicht, es sind schon ein paar mehr, aber es ist halt nervig Ne, ich glaube, wenn du ein, zwei findest, kannst du ganz schön happy sein Ja, ja Hinten eine Kiste, ohne Scheiß Ich habe eine Kiste gefunden, komm her Und wenn da jetzt nichts drin ist, dann weine ich Oder wenn das die alte ist, dann weine ich Die alte habe ich zerstört aus Frust Ja, guck mal hier, das ist doch eine Kiste, die alte Bitch Ja, willkommen Ja, man Bazinga Nice, Alter So, Jungs, dann Rückfahrt Jetzt geht es los Jetzt geht es einfach zurück Und jetzt gleich werden wir richtig provokativ zurückschreiben Dass wir auch wieder Herzen kriegen Äh, wo kam denn her? Okay Ja, dann wird es ja schon echt jetzt nochmal richtig spannend, Alter Uh, weg, 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 weg Was denn? Creeper instant Geil Das wird jetzt richtig spannend auch am Ende, ne? Weil wir alle Melonen haben Und jetzt geht es um die Ausrüstung und Pfeile Endermänner-Farm Und, und, äh, ja Ja, ich will jetzt hier nicht mehr drin rumrennen Ich seh den nicht Äh, wo bist du? Ich bin hier hinten Guck mal, siehst du meinen Namen, ne? Ich bin da Doch, da Umgehen wir den Creeper Ne, wir gehen da jetzt hoch Da, wo wir herkamen, stand instant ein Creeper Wenn man da hochgeht Aber das machen wir jetzt Weil ich find hier sonst nicht mehr raus Ja, ich war da grad schon hoch Ich seh den nicht mehr Wollen wir einfach durchsprinten? Ja, komm Ach, da ist er Stopp, der ist hier Geh weg, geh weg Da hinten ist er am Gang So Down Okay So, wo müssen wir langen? Ich hab keinen Plan Hier Oh, nice, Alter Folgst du mir? Puh, wir sind heftige Wir sind richtige Helden sind wir Ah, so ein bisschen So, auf jeden Fall, äh Jetzt sieht das jetzt ganz gut aus Wir würden es runterfallen Das war auch gefährlich hier Wo, wie, wo seid ihr denn ungefähr Gerade koordinatenmäßig? Boah Christoph Minus 1500 700 Ach du Scheiße Nimm mal ein paar, ähm Fackeln noch mit Ja Hier war unsere, hier war die scheiß Kiste Hier müssen wir eigentlich lang Okay Sind wir hier irgendwo hoch? Hier hoch? Ne Hier lang? Wo sind wir her gekommen? Hier, hier, hier Oder? Ne Das heißt, solange es jetzt Nacht ist Ich muss mal eben Ich würd mal eben ganz kurz auf Toilette gehen Ich bau mich mal eben ein Oh, mach das Das ist auch, lass uns einfach hoch bauen Henning, hier lang Hier, ich hab den ausgeteilt Okay, okay Come on, boy I'm here, bitch Ah ja, genau, hier So hässlich über die Treppe, äh Über den Zauner Ich hör ein Zombie ist 100 pro Nacht Ja So Oh, Freunde, ey Lieber mal 100 Fackeln da bauen Da nochmal das Klötzchen hin Aber die haben, die haben Nicht, warum haben die sich nicht voll geeilt? Vielleicht haben sie noch nicht so viel Lohnen Vielleicht reichen die Tränke nicht Vielleicht haben sie nicht so viel Gold wie wir Stimmt, das könnte sein Das wär natürlich gut Das wär richtig gut So, äh, liebe Leute, ihr guckt euch jetzt mal ganz kurz hier Alle wieder full life Die Fackeln an, ich bin in einer Minute wieder hier Drück einen raus für mich mit Okay? Ja, und grübs Obama Ist Nacht, oder wat? Ja, es ist Nacht, wir müssen jetzt hier warten Wie scheiße Wir müssen einfach warten Warte, ich baue mich hier nicht Ja, warte, ich mach hier einen Raum für uns Ich kann Essen brennen, können wir Das ist ne gute Idee, also ne echt gute Idee Ich weiß, ich weiß Nicht nur so ne mittelgute, die ist echt gut Ja So Zack Cobblestone Boah, Henning, das war echt nervenaufreibend jetzt, ne? Ja, Alter, das war stressig Hast du Öfen? Ne Drei Stück Ja, setz Warte, warte, warte Warte, mach hier in die Wand ein Hab noch einen, ach ne Ja, das ist er jetzt Aber Ich bin ein bisschen verwirrt Ich hab mal A20 Eisen reingepackt, hast du Kohle? Ähm Ja Gut 30 Stück Ich verteil mal Ja, ich hab extrem viel Essen halt, ne? Ja Ist überall auch was drin mittlerweile Auch in dem Links noch Perfekt, ich hab auch viel Essen Mal gucken, ob ich irgendwo Was dazu packen kann Müsstest du, mein Junge Hühnerfleisch Und Schweinefleisch Nochmal 32 drauf Gold Äh, Eisen drauf Da wär ich fast in Lava gehüpft, ne? Hör auf mit der Scheiße, Christoph Ich kann das jetzt nicht vertragen, hier Ja, ich guck mal nur Einmal nur gucken, okay? Ne Lass es Lass es, bitte Junge Meine Nerven, die sind Die, die Am Ende Hier ist nur ein Lavasee, alles cool Aber nicht hier weitergehen Nicht hier weitergehen Alter Oh, ich bin so happy, dass wir Melonensamen haben Ich war echt verzweifelt gerade Ah, so Entschuldigung Hallo Hallo So So Wie sieht's aus? Seid ihr schon wieder da? Ja Ne, wir müssen es beim Ja, alles gut Kannst du uns Bisschen drauf achten Wann ein Tag wieder anfängt Oder was bist du gerade am machen? Ja, es ist Tag Oh, gut Danke Weiter geht's Geht okay Ich hol alles aus den Öfen raus Nehm die Öfen mit Ja Hast du alles rausgekommen? Ne, bau einfach ab Das blockt dann raus Ja Und ich nehme auch hier den Ich werde jetzt hier mal Bäume wegdreschen und gucken Habe ich nicht noch Wir haben mittlerweile so viel Gold Können wir uns nicht auch Goldöpfel machen? Bringt das nichts? Ne, das bringt halt nicht zu viel Weil mit einem Trank können sich alle Butter heilen Ach, das ist das Ja Ja, ja Okay Danke So, ab nach Hause, Alter Ja Einfach andere Richtungen wieder Dann machen wir uns jetzt Wir brauchen doch noch einen Braustand, ne? Ja, ja Alles easy Wir haben den Steak Was brauchen wir dafür? Weißt du das? Nur diesen Lohnstab und ähm Und Kabistone Perfekt Ja, dann wird jetzt gleich geheilt, Freunde Bist du oben hin? Ja, komm mal, ja Und dann sieht die Welt nämlich ganz anders wieder aus Ganz anders Dann sieht sie ganz anders aus Ich will, dass wir alle full live haben Damit die... Aber erstmal müssen wir eine Melone anbauen Spar die Pfeile, Christoph Ja, hab ich auch grad gedacht Ja, wir haben doch Knochen Dann bauen wir die mal eben fix Zack, 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 zack Mit einem Knochen Genau Stimmt Und dann erstmal, dass wir alle wieder full sind Und dann werden die angebaut Und dann... Bam Ja Die werden sich gleich wundern, Alter Ich... Das Problem ist, wir brauchen trotzdem So langsam mal wieder Essen Wir haben ganz viel Ja, wir kommen gleich mit ganz viel Essen Aber es wird jetzt ein richtiges Zeitrennen am Ende nochmal Sehr nice Das... So soll's auch sein, ey Wir haben auch die Teams anscheinend gut gemischt, also Wenn man sowas in der Art irgendwann nochmal macht, worauf ich echt Bock hätte Dann müssen wir zusehen, dass wir die Teams nochmal durchmischen Und das wird nice alles Ja, das wird nice Das wird nice Ja Ich trink auch ein Sekt vielleicht Ja, das wird nice So... Enke 1, 1, 1 Du hast schon wieder die Koordinaten am Start Und ich lauf hier wie ein Elefant hinterher, oder wat? Ne, wir sind nur in diese Richtung gelaufen Ich weiß, ich bin den Weg schon mal gelaufen quasi Achso, ja, gut dann Die ist schon klasse Matthias, hau trotzdem mal Koordinaten raus Äh, ja 100, 100 ungefähr, warte mal Okay Ich bin jetzt bei 70, 138 Aber wenn da 100, 100 geht, dann findet er Aber dann sind wir da Und dann geht's los Und dann geht das los Matthias, wenn du cool bist, machst du schon mal einen Braustand Ja, kann ich machen Den kannst du mit einer Spitzhacke wieder abbauen, falls du den irgendwie, ne? Mach den nicht kaputt und vergammel nicht den Lohnstab So und dann als nächstes kümmern wir uns wirklich, wirklich, dass wir ja alle wieder Gut, meine Eisenrüstung ist noch fast komplett heile Aber ich will Werkzeuge haben, ich will verzaubern Ja Das machen wir alles noch gleich Ja, ja Wir haben jetzt noch ne 3,5 Stunden Zeit, ne? Ja Perfekt Hätte ja fast noch Bock auf ne dritte Stunde, aber gut So, wie baue ich das Kackding? Drei Cubblestone in eine Reihe und dann einfach den Stick in die Mitte oben drauf setzen Ja, top, den haben wir Ja Grad noch nen Hasen getötet, pass auf Pass auf, dass du nicht dieses Killerkaninchen haust, ne? Ähm Das greift dich aber auch Brauchen wir heute den Baum Ich geh mal im Sand farben, würde ich sagen, ne? Das ist tatsächlich auch ne sehr gute Idee, wegen den Fläschchen, ne? Ja, und außerdem Fenster sind auch stylisch, dann kann man nämlich ohne Risiko ab Tag oder Nacht Auch nicht Ich hätte ja noch ne Stippe gehabt Alter, wird das nice, wenn wir gleich wieder voll Leben haben, wenn wir verzaubert sind Ja, warte erstmal auf vollkommen, oder? Ja, wir werfen einfach Wir können neun Tränke machen, das schaffen wir locker Wir haben einiges an Gold, Melonen haben wir quasi unendlich Oh, jetzt schon wieder sofort guter Creeper im Wasser Wir werden zwei bis drei Tränke werfen müssen, um alle wieder full life zu kriegen, aber das Krieg schaffen wir Ja, ihr braucht vielleicht drei Tränke und ich zwei Ja, dann geh ich nach zwei, wenn ich voll bin oder fast voll geh ich raus Ja Dann kriegt ihr mehr von der Heilungsleistung ab Mhm Oder? Es wird doch irgendwie so aufgeteilt Und dann können wir auch gleich richtig schön im, ich weiß es gar nicht genau, dann können wir gleich richtig schön im Chat provozieren, wenn wir alle wieder auf sich live haben Das Problem ist, wir müssen das schaffen, bevor die das schaffen Wenn die jetzt Gold farben, dann sind die gleich auch soweit Ja, aber wir haben auch viele Pfeile, viele Federn Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass die nicht viel Gold haben, die werden immer Gold farben müssen Das haben wir nicht, wir können erstmal neun Tränke rausknallen, weil wir schon so viel Gold haben Ja, also aber Matthias, das ist gut, dass du Hühner machst, weil durch Gravel, den hat man immer genug und Holz kann man Sticks machen Und dann brauchen wir halt noch, ja Boah, hier steht ne Spinne Dann brauchen wir halt noch den Flint, um jetzt dann Pfeile zu machen Und das Pfeile, da braucht jeder mindestens 2-3 Stacks für den Enderdrachen Müssen wir eigentlich nochmal Lohnen farben? Äh, keine Ahnung Ich weiß halt nicht, ob es noch sinnvoll ist, nochmal Schneebälle zu formen Auch, auch, auf jeden Fall Ja, für die Lohnen auf jeden Fall Aber brauchen wir denn noch Lohnen, Gustav? Ich hab auch schon, äh... Eigentlich nicht Voll fett Doch, doch, doch für die Ender-Purls, um die Nacht zu machen Ach, für die Ender-Purls, okay Für die Ender-Augen Äh... Ja, es wird jetzt glaube ich gleich wieder dunkel Wie baue ich nochmal so... Also erstmal mach ich Glas, wenn ich das Zeug brenne Und daraus baue ich die Fläschchen, ne? Äh, ja, genau Boah, hier ist richtig scheiße, ich will hier eigentlich nicht runter Und ihr bringt Essen mit, sagt er? Ja, genug Gut Deshalb lass uns ins Wasser springen, das soll wieder gehen Nee, hier geh ich jetzt Keine Ahnung Es wird jetzt gleich dunkel, ne? Okay Heading schnell hier runter Ja, wir sind nicht mehr so weit, wo bist du? Ich bin einfach runter gegangen, auf der anderen Seite Mein Schwert ist kaputt, ich hab kein Schwert mehr Ich bin unter den Bäumen durch hier Wo bist du? Ich bin jetzt unten am Wasser Ja, ich noch nicht ganz Okay Hey, kannst du kurz den Craving Table aufstellen? Ja, klar Dann müssen wir uns ein bisschen beeilen, damit wir noch nach Hause kommen Hast Eisen? Jo, hab ein Schwert, kannst wieder abbauen So Wir müssen nach Hause schaffen, jetzt komm Ach, hier ist ja noch Schafsgelöhntes Fleisch Dann hab ich noch ein bisschen was So Bam 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 Eisen hab ich auch noch zum Brennen Na, guck mal da Machen wir noch Öfen? Ovens irgendwo hier Bam 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 da Matthias empfängst du uns gleich Ja Mit nem Kuchen Mit nem Sekt Mhm Genau, Sektchen, Prosecco Das Bier auf dem Tisch, das reicht schon Das Bier und das Essen Oh, Henning, aufpassen Nice Das ist auf jeden Fall Ah na, noch ist... Es ist Donnern ja nicht ganz dunkel Es ist... Dämmert noch, glaub Ja Oh, dann hab ich mich vertan Eben Dann sah es nur so dunkel aus, hier Kein Problem Alles gut Wir sind bald da, wir sind jetzt bei minus 300 und 250 Das ist, wir sind... Eigentlich sind wir schon da In Sichtweite fast Ja Ich fühle auch schon irgendwie das Haus Ich riech dich auch schon, Matthias Wie, baue ich nochmal so ein Fläschchen? Äh... Wie so ein Eimer eventuell? Wie so ein... Wie so ein... Wie so ein... Genau, wie ein Eimer Ich weiß es nicht genau, aber es könnte... Ne Aber mit Glas oder mit Glas Scheiben oder wie oder was? Mit Glas Einfach mit Glas, ne? Mit dem Glas Ne, also wie ein Ding es geht nicht Also so wie so ein V quasi Achso Sonst google ich mal gleich kurz Achja, mein Fehler, ja warte, 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 mein Fehler Also unten in der Mitte ein und in der mittleren Leiste links Ja Hat geklappt? Jo, 18 Stück habe ich Perfekt Reicht auch erstmal Das wird reichen, ja Also wir brauchen echt viele Pfeile und viele Health Potions, um in die Hölle zu gehen Du kriegst auch noch einmal hier über den Berg und dann sind wir glaube ich da, ne? Ja, gleich da, ja Wir sind da Oh Ich empfange mich mit einer Fackel auf dem Dach Das ist nett Ahja, ich sehe es schon, genau Wo sind sie? Wo sind sie? Wir kommen aus deiner Sichtweite links Das waren jetzt Sichtfilme Drei richtig übertrieben, heftig angespannte Folgen Ja, glaube ich Die musst du dir reinziehen, warum? Das war echt scheiße da drin 17, 17, 18, äh Ey, pass auf das Oh, da unten war gerade noch ein Creep beim Wasser, wo du gerade herkommst Aber der ist... Oh, der ist da hinten, pass auf Okay, das ist cool Ein kleiner Arsch, Decker, der uns richtig rück in die Rückkehr versaut Ja, zack, gerade angekommen mit dem Zeug Hier ist der Eingang So, wir brauchen ein Feld für unsere Melonen Eben wieder zubauen Haben wir doch hier unten Ja, Feld ist unten Vielleicht machen wir die Scheiße weg hier oder was? Ja, machen wir einfach ein bisschen weg Essen ist ja jetzt eh Essen noch nicht mehr So, hier links ist der Eingang zu dem Rest Dann steht der Brauchstand So, zwei pflanzig, ja? Eine hier hin und eine hier hin Kann ich jetzt nicht mehr springen Mhm Auf dem Feld Ja, einfach die Samen kaputt machen Hätte auch stehen Habt ihr Knochenmehl schon? Ja, das ist schon groß Alles perfekt Ich hab auch Knochenmehl Ja, war das nur perfekt Wir waren auch vier Samen Drei Und einen behalte ich Einfach so, zur Sicherheit Jo Das ist gut Tu den hier hinten in die Kiste Ja, ich hab den hier in die Kiste Hier, hier, hier Jungs, hier vorne Hier, hier, hier Da ist der Eingang Und links ist auch der Brauchstiepel Perfekt, geil Ich mach nochmal ne Kiste Ne Doppelkiste Ist mir irgendwie zu wenig Zu wenig Soll ich nochmal Ich sortier hier gleich, ja? So, jetzt passiert wenigstens bei mir auch mal wieder ein bisschen was Jetzt passiert wenigstens bei mir auch mal wieder ein bisschen was